Hallo, Horst Wenzel hier von der Flirt University und von mir gibt es jetzt drei spannende Tipps zum Thema Leute kennenlernen auf Reisen. Ich bin nämlich gerade hier am Flughafen und dachte mir, dann ist das doch ein sehr passendes Thema. Und zwar, was du immer tun kannst, wenn du Leute kennenlernen willst auf Reisen, dazu gibt es jetzt drei Tipps, also bleib dran. Als allererstes nutze Schlangen. Du hast ganz oft irgendwie eine Schlange beim Check-in, bei der Sicherheitskontrolle, wird alle ins Flugzeug steigen, hier so ein Wartebereich wie hier. Da haben eh alle Zeit und diese Zeit kannst du natürlich wunderbar Menschen auch versüßen, indem du einfach kleine, lockere Gespräche anfängst. Also Tipp Nummer eins, nutze Schlangen. Tipp Nummer zwei, ein guter Einstieg ist natürlich auch einfach zum Beispiel zu fragen, entschuldigung, sprichst du Deutsch oder excuse me, do you speak English? Also du fragst einfach sozusagen nach der Sprache und hast schon meistens damit sogar vielleicht einen kleinen Icebreaker und bist schon mal irgendwie im Gespräch. Und mein dritter Tipp für dich ist auf jeden Fall einfach die Situation aussprechen. Es passiert natürlich viel, irgendwas hat Verspätung oder irgendwie eine Schlange ist besonders lang oder es kippt was um oder so. Sprich einfach das aus, was um dich herum passiert. Das sind meist die allerbesten Gesprächseinstiege, indem du einfach die Situation kommentierst und einfach genau das aussprichst, was halt alle sehen. Unsere Flirt University Dozentin Gianna Baccio bezeichnet das ganze Thema auch als Ising. Ja und zwar erinnere ich mich da zum Beispiel an eine ganz tolle Begegnung, die ich mal am Frankfurter Flughafen hatte. Ich habe die Frau quasi spontan kennengelernt am Flughafen und wir hatten dann Sex im Flugzeug. Da hatte ich einfach gute Laune. Auf einmal sprach mich da ein älterer Herr an, weil ich einfach so vor mich rum gegrinst habe und so offensichtlich gute Laune hatte. Der sagte so, ich weiß ja nicht, wo sie hinfliegen, aber wir bringen gerade unsere Tochter zum Flug. Die fliegt jetzt nach Indien für ein Jahr. Und ich war witzigerweise kurz vorher in Indien, bin da rumgereist, habe dann irgendwie so einen Rupeeschein aus der Tasche gezaubert. Und erst mal angefangen, irgendwelche Storys direkt zu erzählen über das Land. Da haben wir schon viel auf dem Kanal hier über Storytelling beim Flirten geredet. Ja, einfach sie und ihre Family auch so ein bisschen da abgeholt. Also die Mutter war zum Beispiel total besorgt, wenn die da jetzt hinfliegt. Da habe ich dafür gesorgt, dass sie sich ein bisschen sicherer fühlt. Nach so einer Stunde etwa war das schon so ein bisschen wie so eine kleine Family. Da haben die Eltern dann ihre Tochter zum Sicherheits-Chat gebracht mit mir. Wir waren im gleichen Flug. Und ja, die Mutter hat sich da irgendwie ganz toll verabschiedet und hat noch ein Küsschen bekommen. Und das war so total herzlich. Im Flugzeug habe ich dann mit einem Amerikaner Plätze getauscht, sodass ich neben ihr sitzen konnte. Habe mir dann die ganze Zeit irgendwelche Bildchen aus Indien gezeigt und dazu auch kleine Geschichten erzählt. Irgendwann haben wir dann angefangen, so ein bisschen zu kuscheln. Dann meinte ich so, ach, bist du müde? Komm hier, lehn dich an und so. Wie man das so macht. Und ja, nach ein paar Stunden waren wir dann am knutschen. Dann sagte sie irgendwann, ja, ich muss jetzt mal aufs Klo. Und ich dachte mir, juhu, Heil my Club. Das ist deine Chance. Also wir standen dann da so vor der Flugzeugtoilette. Und ich dachte mir, ja komm, jetzt gehst du als erstes. Damit du dich notfalls irgendwie reinholen kannst da. Das war allerdings gar nicht so möglich, weil da war eine Unmenge von Menschen aus aller Welt. Also es war überhaupt nicht möglich, auf diesem Emirates-Flug da jetzt in so Toilette mit der Dame zu verschwinden. Da hätte mich so die Weltgemeinschaft vom Schlesen bis zum Afrikaner irgendwie einfach gekillt. Und dann dachte ich so, ja, okay, was machst du jetzt? Und meinte zu ihr so, bevor sich wieder hingesetzt hat, meinte ich so, ja komm, wir gehen uns ein bisschen die Füße vertreten jetzt hier im Flugzeug. Und dann sind wir so einmal quer durch das Flugzeug geschlendert. Und ganz vorne links in der First Class, da war es schon nach dem Flug, also alle haben gepennt. Und vorne links war halt so ein Sitz frei. Und da konntest du dich dann in der First Class, also hast du so eine kleine Abtrennung, und konntest du die Lehnen nach hinten machen. Und dann haben wir da wirklich tatsächlich gepoppt. Was natürlich eine ganz abgefahrene Nummer ist. Du musst natürlich auch schnell gehen, das ist ja auch eher ein Quickie, den man macht in der Luft. Aber das war mein Eintritt in den Heil-Mail-Club. Hast du schon mal Erfahrungen im Heil-Mail-Club gesammelt? Also das sind Menschen, die sozusagen über den Wolken schon mal gefügelt haben. Dann schreib das doch einfach hier unten rein in die Kommentare. Sonst, was vielleicht deine Tricks sind, um Leute am besten bei Reisen kennenzulernen, das lass uns doch auch einfach mal gerne wissen. Also denke dran, nutze jede Situation beim Reisen natürlich auch, um neue Leute kennenzulernen. Denn speziell sowas wie Schlangen und Wartebereiche, da sind eigentlich alle kommunikativ und du kommst schnell ins Gespräch. So diese Sachen, wo geht es bei dir gerade hin, wo geht es bei der anderen Person gerade hin. Da hat man direkt schon mal zwei Themen. Und ja, eigentlich die meisten Menschen haben gute Laune, wenn sie reisen. Haben dir die Tipps gefallen, dann gib dem Video ein Like. Schreib mal in die Kommentare, was du für Tipps zum Kennenlernen auf Reisen hast. Oder was vielleicht da deine spannendste Geschichte war. Und abonniere doch gerne auch unseren Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Dann klick auch gerne mal auf die kleine Glocke. Denn dann erhältst du immer Benachrichtigungen, wenn ein neues Video von mir erscheint. Hier geht es jetzt weiter mit dem Thema Sex auf Reisen. Wie kriege ich den am besten? Und hier geht es weiter mit dem Thema Grounding, was dir sicherlich für Gesprächseinstiege helfen wird. Alles klar, auf bald. Dein Horst Wenzel von flirtuniverse.de Und bei mir geht es jetzt ab in den Urlaub.